Ja, dann wieder willkommen zur Vorlesung. Heute ist der zweite Teil von SQL. Da werde ich mal ein paar weitere Befehle noch einführen. Was hier jetzt noch fehlt, ist so das Tabellenübergreifende Abfragen. Also momentan können Sie aus einzelnen Tabellendaten herauslesen. Aber diese ganzen Relationen, die bringen natürlich nur etwas, wenn man auch Tabellenübergreifend Abfragen machen kann. Und dafür benötigt man sogenannte Joins. Das wird so das Hauptthema heute sein. Aber zuerst möchte ich nochmal den letzten Teil von letzter Woche wiederholen. Da geht es ja so um Aggregatfunktionen. Ich fand, das war beim letzten Mal etwas hektisch. Deswegen möchte ich jetzt nochmal in Ruhe kurz über Aggregatfunktionen reden. Das war sowas wie Summe, Durchschnitt und so weiter. Ja, nochmal die Datenbank. Kennen Sie schon. Haben Sie jetzt im Praktikum mal gehabt. Da hatten wir jetzt eine Vorlesung. Und die werden wir auch weiter benutzen. Das wird auch die einzige Datenbank sein, mit der wir uns beschäftigen werden. Ich finde, das ist vollkommen ausreichend. So, das hier ist mal etwas Neues. Das habe ich vergessen beim letzten Mal zu erwähnen. Es gibt neben und und oder, also end und or, gibt es noch not. Das zeige ich mal. Select Stern vom Subtyres. Und jetzt nehmen wir mal alle Lieferanten. Deutschland, also Germany. Das wären die drei hier. Und diese Bedingung kann man hier umdrehen. Die Bedingung kann man umdrehen mit einem not. Also ich füge jetzt mal ein, where not. Country gleich Germany. Das gibt jetzt alle zurück. Also alle Einträge. Also alle Lieferanten, die nicht den Firmsitz in Deutschland haben. Ja, also not negiert quasi das Ergebnis. Das ist äquivalent zu dem folgenden. Das ist das gleiche wie Select Stern vom Suppliers. Ja, da finden Sie mich Cola und ich weiß. Select Stern vom Suppliers. Where can't we ungleich Germany? Also, ich würde behaupten, in eigentlich fast allen Fällen, außer wenn Sie komplexe Bedingungen haben, sind diese zwei Sachen komplett äquivalent. So, ob Sie jetzt not davor schreiben oder einfach mit ungleich die Bedingungen negieren, ist hier komplett irrelevant. Das wird erst interessant, wenn man halt mehrere Bedingungen mit und und oder verkettet. Auch bei einer Abfrage macht das keinen Unterschied. Also das ist not. Das hatte ich einmal vergessen, letzte Woche zu erwähnen. Das gehört mit zu und und oder dazu. Und eigentlich braucht man es nicht, weil man auch mit anderen Bedingungen genau das gleiche erreichen kann. Ach ja, was Sie vielleicht schon gemerkt haben, zum Kommentieren nehme ich immer so doppelte Bindestriche. Also doppelte Bindestriche sind bei SQL ein Kommentar. Also bei Python und Kommandozeile ist ja die Raute ein Kommentar und bei SQL sind es halt zwei Bindestriche. Als Sie das wundern sollte, weil sie nutze ich jetzt schon häufiger. Also das ist immer ein Kommentar. Ja, und jetzt möchte ich nochmal Aggregatfunktionen wiederholen. Also wir hatten ja Group Buy. Erstmal Select Product Name von Product. Das ist jetzt erstmal ganz grundlegend. Wähle den Produktnamen von Produkte aus. Das ist ja erstmal nichts Kompliziertes. Und dann möchte ich noch gleichzeitig den Produktpreis haben. Also jetzt habe ich Name und Preis. Und jetzt ist mein Ziel, ich hätte gerne nur das Produkt mit dem höchsten Preis. Das macht man mit einer Aggregatfunktion. Ich mache jetzt mal mit Select Produkt Name Max Price. Und das gibt mir jetzt nur noch den Eintrag zurück, der einen Höchstpreis hat. Und das ist das hier. Das war irgendein Wein. Einen französischer Wein, glaube ich. Das heißt, das ist eine Aggregatfunktion. Und die guckt sich die komplette Inhalt der Spalte an. Und gibt dann das zurück, was der in dem Fall Maximalwert ist. Wenn ich das hier mal sortiere, kann man auch sehen, ob das funktioniert. Ich mache mal Order by Unit Price absteigend. Da sieht man auch, das Thema hatten wir ja schon letzte Woche. Da ging es ja darum, dass Jürgen Ostbratwurst verdächtig teuer ist. Das hatten wir schon letzte Woche besprochen, genau. Das hier ist das teuerste. Und deswegen kann man damit Max Unit Price, also das Marktprodukt mit dem höchsten Preis abfragen. Und wenn Sie hinter einem Spaltennamen noch ein weiteres Wort schreiben, wird es der Spaltenname. Ich sage mal, ein weiteres Wort hinter Spalte ist der neue Spaltenname. Also momentan heißt ja diese Spalte hier Max Unit Price, wie Sie hier unten sehen können. Also da steht ja Max Unit Price. Und das benenne ich mal oben, das nenne ich jetzt mal Höchstpreis. Wie Sie sehen können, vorher heißt die Spalte also Max Unit Price. Ich lösche es nochmal. Hier heißt die Spalte noch Max Unit Price. Und jetzt heißt die Spalte Höchstpreis. Das heißt, damit kann man Spalten umbenennen. Und dann dieser Alias-Name nennt sich das. Also es ist ein Alias. Dieser Alias-Name lässt sich dann auch bei Bedingungen verwenden. Also auch in Where und so weiter. Ja, und jetzt hätten wir gerne mal nicht den allgemeinen Höchstpreis, sondern den. Kann man auch unbedingt ein Leerzeichen dazwischen ist. Also Sie meinen, dass ein Leerzeichen ist im Namen. Also ich könnte ja vielleicht höchster Preis. Da müssen Sie es in Anführungsstriche schreiben. Und dann sieht das so hier aus. Also die Anführungsstriche gehören nicht wirklich zum Spaltennamen dazu. Das ist nur Syntax. Also generell wird es nicht empfohlen, Leerzeichen den Spaltennamen drin zu haben. Mir ist aufgefallen, die Order Details Spalte hat auch eine Tabelle, hat ein Leerzeichen drin. Das habe ich mittlerweile mal entfernt. Also in der Regel Leerzeichen machen bei Datenbanken immer recht viel Ärger. Weil man halt die Anführungsstriche vergessen kann. Deswegen empfehle ich es in der Regel nicht dort irgendwelche Leerzeichen auch so drin zu haben. Aber prinzipiell geht es. Da muss man aufpassen. So, das ist ja jetzt der Höchstpreis über alle Produkte. Und jetzt hätte ich gerne mal, dafür ist jetzt so ein Aggregat da. Jetzt hätte ich gerne das teuerste Produkt je Kategorie. Und dafür gibt es ja Group By. Jetzt sage ich, ich möchte diese Abfrage hier, also ich gebe den Höchstpreis zurück. Das möchte ich jetzt für jede Gruppe haben, gruppiert nach Kategorie ID. Der guckt dann also, was ist der Höchstpreis für Kategorie 1, was ist der Höchstpreis für Kategorie 2, für 3, für 4, für 5 und so weiter. Und was ist das teuerste Produkt in dieser Kategorie. Es ist der Unterschied zwischen Group By und ohne Group By. Also ohne Group By kommt allgemein das teuerste Produkt zurück. Und mit Group By kommt für jede Gruppe das teuerste Produkt zurück. Und das kann man auch nochmal, kann man auch nochmal für das niedrigste Produkt je Kategorie machen. Also günstigstes Produkt je Kategorie. Ja, Sie können nach mehreren Spalten kopieren. Das einfach Komma getrennt machen und dann. Beispiel so hier. Und dann. Und dann. Jetzt haben Sie gruppiert einmal, je nach, jede Kategorie gucken Sie nach dem Lieferanten mit dem Höchstpreis. Also jetzt haben Sie zum Beispiel Kategorie 1. Dort haben Sie dann für jeden Lieferanten, der da drin ist, das teuerste Produkt, was der Lieferant jeweils pro Kategorie anbietet. Das heißt, doppelt gruppieren geht auch. Hier ist natürlich jetzt die Reihenfolge relevant. Also jetzt wird es erst nach Kategorie gruppiert und dann nach Lieferant. Wenn man es umgekehrt machen würde, würde es erst nach Lieferant gruppieren und dann nach Kategorie. Das kann das Ergebnis beeinträchtigen. Macht es einen Unterschied, wenn Produktnamen und Kategorie-ID vertauscht werden? Nein. Also es macht natürlich hier unten einen visuellen Unterschied. Also jetzt ist halt Kategorie-ID zuerst und dann Produktname. Wenn ich das jetzt mal drehe, das Ergebnis gleich, aber die Reihenfolge der Spalten ist anders. Und meine Entwicklungsumgebung warnt mich gerade hier bei diesem Höchstpreis hier, dass hier in diesem Identify ein Nicht-ASCII-Charakter drin ist. Das ist korrekt. Also manche Datenbanksysteme haben Probleme mit Nicht-ASCII-Zeichen. Hier ist hier ein Ö drin. Das kann auch in manchen Systemen Ärger machen. Um auf komplett Nummer sicher zu gehen, sollte man vielleicht lieber OE machen. Aber in meinem Fall funktioniert es ja. Also kann ich es auch weiterverwenden. Ja, jetzt nochmal das Gleiche für das günstigste Produkt hier Kategorie. Das ist ja genau das Gleiche wie diese Abfrage hier. Mit einem minimalen Unterschied. Statt Max kommt hier Min. Ja, und was es auch noch gibt für Funktionen ist zum einen Summ. Das ist die, genau die Spaltensumme. Also momentan Min gibt halt den Minimalwert zurück. Und Summ gibt die Summe der Spalte zurück. Also zum Beispiel Select. Ich mache einfach nochmal Produktname. Sum Unit Price from Products. Jetzt bekommen Sie halt den summierten Preis zurück. Ob das hier eine sinnvolle Aussagekraft hat, ist natürlich dahingestellt. Also mit Summ macht man hier in dem Fall die Spaltensumme. Jetzt ist wieder Gruppiere. Nach Kategorie. Kommt halt die Summe zurück. Und jetzt ist das Problem, also Produktname macht in diesem Kontext hier keinen Sinn mehr. Jetzt hat er ja einfach irgendwas zurückgegeben. Ich glaube das Erste. Das heißt, bei solchen Abfragen müssen wir auch aufpassen. Also hier bei Min klappt es. Da bleibt halt nur das übrig. Aber bei Summ ist das mit Produktnamen natürlich Unfug. Wie das Outdoor-Vollständigen hier geht, was ich hier mache. Also das funktioniert in Jupyter auf jeden Fall nicht. Ich nutze hier direkte, komplette Entwicklungsumgebung für Datenbanken. Ich nutze hier hier PyCharm, wie ich es mal erwähnt hatte. Da gibt es halt Outdoor-Vollständigen und brauchbares Syntax-Highlighting. Hat da den Nachteil, Sie müssen das erst installieren. Also wenn es interessiert, ich kann da gerne mal Installationsanleitung online stellen. Aber das ist dann ohne Support. Ja, man kann natürlich auch Supplier-ID summieren. Also Sie können alles summieren, auf was Sie Lust haben. Macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Aber genau Select. Summ-Supplier-ID From Products. Da fehlt noch Semikolon. Jetzt haben Sie ja die Summe der Lieferantennummer. Und ich meine, Sie können natürlich Sachen aufsummieren, die auch logisch keinen Sinn machen. Was aber vielleicht Sinn macht, also statt Summ-Supplier-ID können Sie auch machen. Ich mache mal Group By. Wobei, ich mache das mal ohne Group By. Sie können ja Select Count. Und es zählen. Sie zählen, wie viele Lieferanten gibt es insgesamt. Das sind 77. Da macht zum Beispiel das irgendwie Sinn. Und vielleicht möchten Sie wissen, wie viele Lieferanten haben Sie je Kategorie. Da können Sie sehen, wie viele Lieferanten jede Kategorie bedienen. Eine offene Frage ist übrigens noch, wie kann ich denn diesen Kategorienamen hier in den Namen auflösen? Das erfahren Sie heute noch. Das ist dann das Thema Joins. Da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Und dann gibt es noch Average. Average ist einfach der Durchschnitt. Also das ist, wobei das kann ich eigentlich mit oben hin machen. Ich mache das mal mit hier hin bei Summ. Schreibe mal einfach dahinter Average. Unit Price gibt also mir einmal das arithmetische Mittel zurück. Ah, das Thema hatten wir ja schon letzte Woche. Ob man das auch runden kann? Ja, man kann es runden. Das mache ich immer noch Round Average. Mit Round müssen Sie sich nicht merken. Genau, also das hier ist die Summe aller Preise pro Kategorie. Also der summiert hier auf alle Preise mit Kategorie 1. Also alle Produkte mit Kategorie 1. Da vernimmt er die Unit Price Spalte und bildet die Summe. Das gleiche ich ja mit Average. Da bildet er das arithmetische Mittel. Also Summe durch Anzahl ist das ja. Und hier rechts ist einfach nochmal das Durchschnitt auf drei Kommastellen gerundet. Weil diese komischen Zahlen kommen halt zustande. Aber das Ergebnis ist natürlich periodisch. Beziehungsweise ist es eine Zeitkomma-Ungenauigkeit. Und mit Runden kann man halt die extra Kommastellen entfernen. Das sind so die Aggregat-Funktionen, die ich Ihnen zeigen wollte. Also Min, Max, Summe, Average und Count. Es gibt bestimmt noch andere, aber ich wüsste gerade auch nicht welche. Und ich würde sagen, das sind auch die wichtigsten. Also diese fünf. Minimum, Maximum, Summe, Durchschnitt und Anzahl. Also Sie können damit auch weiterrechnen. Zum Beispiel, Moment, wir müssen mit Aggregaten auch addieren können. Also Asphalt Select Kategorie ID. Ich zeige es mal. Moment, ich mache mal Summe. Unit Price mal, was weiß ich, mal minus 1. Warum auch nicht. From Products. Group by Kategorie ID. Genau, also Sie können auch Arithmetik hier drin machen. Also in dem Fall, ich habe jetzt einfach mal die kompletten Unit Preise, ohne dass es Sinn macht, mit minus 1 multipliziert. Und Sie können sehen, der hat jetzt gerechnet. Also man kann auch die Sachen zusammenschieben und irgendwie rumrechnen. Das ist möglich. Also Sie können ja mathematische Operationen auf die Spalten machen. Wo wird definiert, dass es sich auf Kategorien bezieht? Na, ich habe ja hier diese Gruppe hier. Group by Kategorie ID. Das ist ja die Nummer. Das ist ja die Spalte, die die Kategorien enthält. Und ich gruppiere halt nach der Kategoriennummer. Und deswegen bezieht sich die Summe auf die Kategorien. Genau, hier hatte ich jetzt ja gezählt, wie viele Lieferanten gibt es pro Kategorie. Mache ich mal noch Select, auch mal Kategorie ID. Dann, also bei dem Count gibt es eine Sonderregel. Also statt eine Spalte anzugeben, müssen wir einfach Count Stern machen. Das funktioniert in der Regel auch. Das macht syntaktisch keinen Unterschied. So, From Products. Group by Kategorie ID. So, hier ist ja jetzt generell mal gruppiert. Ich meine, das macht kein Beispiel, ob ich hier Count Stern mache oder ob ich Count Kategorie ID mache. Das ist beides genau das Gleiche, wie Sie hier sehen. Und das gibt jetzt mir zurück, wie viele Produkte gibt es in jeder Kategorie. Ich nehme an, Sie erinnern sich noch an Where. Mit Where konnte man ja filtern. Ich mache mal Select, deren Form, Products, Where, Unitwise, größer 100. Also es gibt mir alle Produkte zurück, die teurer als 100 sind. So, und wenn man das hier auf Group by and Sachen anwenden möchte, also wenn Sie auf Gruppen filtern möchten. Also ich habe jetzt hier die Anzahl, die hier. In dem Fall geht Where nicht. Also Sie können es nicht machen, Where, Anzahl größer 10. Und das liegt einfach daran, dass Where, das wird ja vor der Gruppe angewendet. Also Where muss immer vor der Gruppe stehen. Das heißt, damit wird vor der Gruppierung gefiltert. Wenn Sie nach der Gruppierung filtern möchten, müssen Sie statt Where Having verwenden. Ist einfach so. Heißt also, um vor der Gruppe, also mit Where wählen Sie aus, was Sie für die Gruppe berücksichtigen wollen. Und mit Having filtern Sie dann innerhalb der Gruppierung dann noch nach einem Kriterium. So, hier wird gerade noch korrekt angemerkt. Wobei das eigentlich schon fast schon den Umfang des Moduls sprengt. Genau, also man soll natürlich entscheiden, also solche Datenbanksysteme, das kommen Sie ja gar nicht so richtig mit, sind sehr mächtig. Das heißt, Sie können dort auch sehr viele, selbst noch sehr viele Funktionen sowas ausführen. Das geht dann mit PSQL. So eine Art Skriptsprache, das werden wir gar nicht behandeln. Also man kann Kontextabfragen in der Datenbank machen. Wenn man das halt übertreibt, dann wirkt sich das natürlich negativ auf das komplette Datenbanksystem aus. Und deswegen meint hier einer, also man sollte in der Regel diese sehr komplexen Abfragen, man sollte erstmal so vorselektieren, etwas, was schnell geht aus der Datenbank, das dann zum Beispiel übertragen, zum Beispiel in Ihren Python-Code, und dann mit Python weiterverarbeiten zum Beispiel. Also mit einer eigenen Skriptsprache lokal. Aber die meisten Abfragen hier sind alle relativ einfach und werden vermutlich keine Skalierungsprobleme erzeugen. Ja, also das war jetzt nochmal die Wiederholung zu Aggregatfunktionen. Jetzt kommt mal noch was Neues. Das werden sein Views. Also View bedeutet, das sind sogenannte Ansichten auf eine Tabelle. Prinzipiell sind das Dinge, die wie Tabellen aussehen, aber die sind eigentlich gespeicherte SQL-Abfragen. Das heißt, das können Sie ganz normal verwenden, wie eine normale Tabelle. Aber das wird auf Basis von einer Abfrage berechnet. Hier mal als Beispiel. Also Sie schreiben, also das einzig Neue ist hier das CreateViews. Der Rest ist eigentlich genau das Gleiche. Also Sie haben jetzt hier einen neuen Befehl CreateViews. Das erzeugt eine neue Ansicht unter dem Namen CategoryPrices. Und die können Sie dann ganz normal abfragen. Ich denke, das ist vermutlich erstmal etwas unverständlich. Ich zeige das mal am Beispiel. So, sagen wir doch mal, wir möchten gerne mal die Höchstpreise pro Kategorie direkt vorhalten in einer View. Jetzt haben wir jetzt ja das von oben gehabt. Also SelectCategoryID, Produktname, MaxUnitPriceHöchstPreis. Hatten wir gerade eben schon. FromProducts, GroupBy, KategorieID. So, ja, da haben wir jetzt das hier. So, und das möchte ich jetzt gerne vorhalten. Also so, dass man das direkt wieder abfragen kann. Dazu nutze ich jetzt mal CreateView. Und da wir ja gerade nur englische Namen nehmen, nenne ich das mal Category... Ich sage einfach mal HighPrice oder MaxPrice. Ich meine, das ist vielleicht kein super englisch. Das kann doch HighestPrice sein. Jedenfalls diese Abfrage hier wird jetzt unter der Ansicht Category HighPrice verfügbar sein. Also ich mache jetzt mal das hier. Das führe ich aus. Und jetzt kann ich machen Select Learn from Category HighPrice. Und dann bekomme ich genau das angezeigt, was ich hier als Abfrage definiert habe. Ist das eine View, damit kann man zum Beispiel auch komplexe Abfragen aufsplitten. Sie können also so andere Ansichten auf Tabellen ablegen in einer View. Und das dann immer wieder verwenden mit so einer Abfrage hier. Das war noch analog für den niedrigsten Preis. So, jetzt habe ich hier eine Abfrage definiert, also eine Ansicht definiert, die heißt Category LowPrice. Jetzt mache ich dort auch Select Stern from Category LowPrice. So, jetzt können Sie hier sehen, das fragt jetzt daraus ab. Ja, also das ist im Prinzip eine andere Ansicht. Man kann das so sagen, eigentlich, das hier speichert jetzt also, das ist wie eine Art Tabelle, also es verhält sich wie eine Tabelle. Und der einzige Unterschied ist, es wird halt immer live anhand dieser Abfrage hier berechnet. Also es verhält sich eigentlich wie eine Tabelle, nur intern wird es halt anders gespeichert, kann man sagen. Das S ist einfach die Syntax, S heißt ja als, das heißt also, erstelle View Category LowPrice als und dann folgt die Abfrage, die definiert, wie die View halt berechnet werden soll. Das heißt also, diese View hier unter diesem Namen nutzt diese Abfrage, um sich zu erstellen. Und das heißt also, das könnte natürlich eine negative Geschwindigkeit haben. Also das heißt, wenn diese Abfrage hier sehr kompliziert ist, ich meine, das wird hier quasi weg abstrahiert. Also das hier sieht ja aus, als würden Sie von einer Tabelle abfragen. Aber eigentlich ist das hier eine View. Und wenn die Abfrage in der View sehr komplex ist, kann diese Abfrage hier sehr lange dauern. Das sieht man nicht. Ist in unserem Fall hier harmlos, aber das ist halt syntaktisch exakt wie eine Tabelle. Im Praktikum wurde ich diese Woche gefragt, kann man denn irgendwie den Höchstpreis und den Niedrigstpreis plus Produktname irgendwie nebeneinander anzeigen? Also mit Views geht das in der Tat relativ einfach. Da brauchen wir aber trotzdem noch ein zweites Konzept jetzt erstmal. Das nennt sich Joints. Auf die komme ich gleich zu sprechen. Ich führe jetzt mal noch einen neuen Befehl hier ein. Diese Views kann man natürlich auch löschen. Das geht mit Drop View. Und dann der Name der View. Zum Beispiel so hier. Jetzt ist die gelöscht. Also wenn ich jetzt versuche von der Abfrage zu fragen, kommt da. Die Tabelle existiert nicht. Genau, also diese View ist jetzt permanent in der Datenbank gespeichert. Das heißt, Sie können das hier auch viel später wieder nutzen. Also Sie können dazwischen jetzt auch andere Sachen machen, wie Select Stern from Suppliers. Und das geht trotzdem, das ist halt, das ist ein permanenter neuer Eintrag in der Datenbank. Bis Sie es wieder löschen mit Drop View. Ich meine, das Tool hier hat ja noch so eine praktische Ansichtsfunktion. Wenn ich das hier mal jetzt aufklare, können Sie hier sehen, also diese Tabelle, diese Datenbank hat halt zehn Tabellen, wobei hier zwei so Metatabellen sind. Und zwei Ansichten. Also Sie haben ja einmal Category High Price und Low Price. Das kann man hier also jetzt direkt sehen. Da punktet Jupiter leider auch nicht, weil es diese Ansicht nicht gibt. Und hier kann man halt auch nochmal direkt dann sehen, welche Tabellen und sowas drin sind. Es geht auch Drop Table, das ist das Tabell, machen wir jetzt aber nicht. Und was in manchen Datenbanksystemen auch noch gibt, sind sogenannte materialisierte Views. Die werden aber von SQLite nicht unterstützt. Das bedeutet, anstatt dass diese, also diese View wird hier immer live berechnet. Also live berechnet heißt ja hier, Sie haben diese Abfrage und die wird dann ausgeführt und evaluiert. Und das ist dann das Ergebnis. Und eine materialisierte View berechnet das Ergebnis einmal. Das heißt, das hat dann die gleiche Geschwindigkeit wie eine Tabelle. Braucht man dafür aber mehr Speicherabsatz und muss natürlich ab und zu mal aktualisiert werden, damit sie aktuell bleibt. Eine View ist halt immer aktuell. Und eine materialisierte View muss man halt immer mal updaten. Und mit Tabellen meine ich jetzt sowas wie Suppliers, Products, Categories und so weiter. Das sind ja alles Tabellen. Also alles, was in den Open-Datenbank drin ist, ist ja eine Tabelle. Also hier sind ja nochmal alle Tabellen zu sehen, die acht Stück. Und jetzt werde ich mal noch auf ein komplett neues Konzept eingehen. Das ist etwas, damit können Sie dann wirklich sehr viele Abwagen machen. Auch Tabellen übergreifend sind sich Joints. Also da gibt es verschiedene Arten von. Wir werden nur die einfachsten behandeln, um nicht so den Rahmen zu sprengen. Als erstes mal mit einem Joints-Statement kann man mehrere Tabellen kombinieren. Und dafür nimmt man diese Relationen. Also Sie haben ja Primär- und Fremdschlüssel. Also der Primärschlüssel ist ja diese eindeutige Nummer, zum Beispiel die Kategorienummer in der Kategorietabelle. Und die gleiche Kategorienummer finden Sie auch als Fremdschlüssel in der Produkttabelle. Und es gibt mehrere Arten von Joints. Das ist hier mal in dem Bild dargestellt. Sie sehen, es gibt irgendwie Inner-Join, Left-Join, White-Join, Left-Join mit Nullprüfung, White-Join mit Nullprüfung, Full-Outer-Join und Full-Outer-Join mit Nullprüfung. Also jetzt nicht wundern. Wie gesagt, ich werde nur auf den Left-Join und den Inner-Join eingehen. Vor allem White-Join und Full-Outer-Join kann Escolite auch nicht. Weil die brauchen wir auch fast nie. Und die generelle Idee ist hier einfach, also hier nicht von dieser Grafik abschrecken lassen, dass wir einfach zwei Tabellen verbinden können anhand ihrer Fremdschlüssel. Dafür benötigt man wieder ein neues Syntax-Element. Ich mache mal Select-Stern vom Products. So, und ich hätte jetzt gerne mal aufgelöst. Aber ich mache mal nur Select-Product-Name, Komma-Kategorie-ID vom Product. So, und jetzt hätte ich gerne mal aufgelöst. Ich hätte gerne mal diese Kategorienummer hier als Name der Kategorie. Heißt also, ich möchte haben, was hier in der Kategorie-Tabelle drin ist. Zum Beispiel bei der 1 soll Beverages stehen, bei 2 Condiments, bei 3 Confections und so weiter. Das heißt, die Sachen hier möchte ich jetzt angezeigt haben bei dieser Abfrage hier. Das geht auf die folgende Weise. Sie müssen zuerst mal machen, nehmen Sie hier einen sogenannten Inner-Join. Sie schreiben Inner-Join hin. So, ich habe jetzt so Inner-Join. Dann machen Sie Categories. Und jetzt gebe ich an, welche Spalten ich miteinander verknüpfen möchte. Das ist in der Produkt-Tabelle ist es Category-ID. Und in der Categories-Tabelle ist es auch Category-ID. Und Categorie-Name. Jetzt können Sie sehen, es ist hier eine neue Spalte dazugekommen. Also jetzt habe ich hier einen Join gemacht. Und jetzt kann ich, habe ich hier zugeordnet, den Kategorie-Namen in der gleichen Abfrage. Ja, also das hier ist ein sogenannter Inner-Join. Und da gibt man also an, den Namen der Tabelle, von der Sie die Relation bilden möchten. Also Inner-Join-Category ist in dem Fall. Dann kommt ON. Und dann geben Sie an, über welche zwei Spalten in den beiden Tabellen die Relation ist. In unserem Fall heißt in beiden Tabellen die Spalte Category-ID. Deswegen mache ich das halt so hier. Normalerweise schreibt aber niemand diese Tabell-Namen aus. Ich zeige jetzt nochmal den exakt gleiche Abfrage auf etwas kürzere Schreibweise. Ich muss jetzt mal Select Product Name. C.Category-ID. Category-Name. Bum. So, Products P. Also jetzt ist diese Tabelle hier unter dem Kürzel P bekannt. Also nur noch ein Buchstabe. Jetzt mache ich Inner-Join Categories C. Also diese Tabelle ist unter dem Buchstaben C bekannt. Und P.Category-ID gleich C.Category-ID. Ist also genau das gleiche wie hier oben. Nur, dass die Tabellen halt einen Alias haben. P und C. Warum macht man das? Es erreicht die Lesbarkeit und die Schreibbarkeit. Weil Sie haben halt weniger Text dazwischen. Sie haben nur noch P-Punkt und C-Punkt. Und wichtig ist, Sie dürfen dieses C-Punkt hier nicht vergessen. Also wenn Sie das hier machen, kommt ein Fehler. Da steht jetzt hier Ambitious Column Name Category-ID. Und das liegt daran, Category-ID gibt es jetzt in zwei Tabellen. Einmal in der Produkttabelle und einmal in der Kategorie-Tabelle. Und er möchte jetzt halt wissen, welche Kategorie-ID Sie möchten. Deswegen muss ich das explizit angeben. Deswegen schreibe ich einfach C-Punkt davor. Genau, also die Komma getrennte Reihenfolge hier ist nur die Spaltensortierung. Das heißt, ich kann Kategorien eben auch hier hinschreiben. Das ist komplett egal. Und es ist auch egal, ob ich hier die Kategorie-Spalte nehme oder die Produktspalte. In beiden steht ja genau das gleiche drin, weil die über einen Join verbunden wurden. Ich habe mir jetzt einfach nur für C entschieden. Ich hätte hier auch P nehmen können. Oder die Spalte ganz weglassen. Geht natürlich auch. Weil was interessiert mich die Kategorie Nummer, wenn ich den Namen der Kategorie habe? Und natürlich kann ich jetzt auch noch den Lieferanten zusätzlich abfragen. Das heißt, ich kann einfach mehrere Joins machen. Also ich hätte jetzt gerne mal Produktname, Kategoriename, das haben wir ja schon und Lieferant. Und dazu mache ich noch einen Inner-Join. Diesmal auch die Tabelle Suppliers. Von P.Kategorie-ID ist gleich S.Supplier-ID. Und jetzt weiß ich auch, welche Firma der Lieferant davon ist. So, jetzt war ja noch die Frage, woher weiß ich denn, was verschiedene Tabellen sind? Sie meinen jetzt, wie die in Relationen zueinander stehen. Also das ist ja hier grafisch dargestellt. Ich zeige das nochmal in groß. Gucken wir uns nochmal kurz dieses Bild hier an. Also hier auf den Pfeilen ist ja die Relation dargestellt. Also da können Sie sehen, zum Beispiel, nehmen wir mal Suppliers und Products. Da können Sie hier sehen, die Relation ist über Supplier-ID, also das ist das, was dargestellt ist. Das ist diese Fremdschlüssel-Relation. Das heißt, in Products ist eine Supplier-ID. Und die verweist auf den Primärschlüssel in der Suppliers-Tabelle. Das gleiche hier. Hier macht man zum Beispiel über Produkt-ID. Also Sie können immer genau sehen, welche Relationen wo sind. Weil das hier an der Grafik mit ersichtlich ist. Das kann man natürlich auch aus der Datenbank rausziehen. Aber in der Regel ist es sinnvoller, wenn man sich davor mal eine Grafik erstellt, wo man die Relationen sieht. Damit man die Zusammenhänge besser nachvollziehen kann. Deswegen stelle ich auch immer die Grafik. Die macht es halt ein bisschen einfacher. Wenn man da halt schon mal alles drin sieht. Das Einzige, was eigentlich noch fehlt, sind hier so die Spaltennamen. Aber ansonsten ist hier eigentlich die Spaltennamen der anderen Spalten in der Tabelle. Aber ansonsten ist hier ja alles drin. Ja, und so kann man mit einem Join mehrere Tabellen verbinden. Jetzt muss ich mich gerade mal amüsieren über den Autormod von Twitch. Hier steht, eine Nachricht wurde zurückgehalten wegen Frauenfeindlichkeit, weil die Wortfolge alte Spalte vorkommt. Ich erlaube mal die Nachricht. Ja, also zu dieser gerade blokierten Frage. Also das überschreibt keine weiteren Spalten. Also die kommen einfach extra dazu. Also ich kann jetzt trotzdem hier noch hinzufügen. Ich mache mal p.categoryid und s.supplierid und p.productid. Also die kann ich trotzdem noch problemlos wieder hinzufügen. Das heißt, hier geht keine Information verloren. Sie können die trotzdem einfach wieder abfragen. Ich finde halt nur aus menschenlesbarer Sicht macht es halt wenig Sinn, es noch diese laufenden Nummern hier anzuzeigen. Wenn man halt auch die Wörter hat. Das ist natürlich dem, der die Abfrage schreibt, komplett selbst überlassen. Ob er das möchte oder nicht. Jetzt nochmal zu unseren Views von oben mit High-Price und Low-Price. Da mache ich jetzt mal Select. Ich mache jetzt erstmal Select. Ich mache mal Category, High-Price. Genau, also das geht nur bei Sachen, die Primär- und Fremdschlüssel sind. Also Sie können es auch mit anderen Sachen machen, aber da macht es halt logisch keinen Sinn und da kommt Blödsinn rein raus. Also das Datenbanksystem wird Sie nicht daran hindern, diese Abfragen mit Join auch über Nicht-Fremdschlüssel zu machen. Aber das Ergebnis ist halt falsch. So, jetzt mache ich mal Select. H.Category-ID, H.Product-Name und H.Höchstpreis. Das ist erstmal nichts Besonderes. Und jetzt kombiniere ich das noch mit einem Inner-Join. Mit unserer Low-Price. So, Category Low-Price L. Und H.Category-ID ist gleich L.Category-ID. Und jetzt noch L.Produkt-Name und L.Niedrigstpreis. Und jetzt können Sie hier pro Kategorie sehen, die Produkte mit dem höchsten Preis und dem Niedrigstpreis. Ich nenne es vielleicht mal noch teuerstes Produkt. Produkt und das hier ist günstigstes Produkt. Oh, das wird jetzt lang. Passt genau hin. Ja, und jetzt können Sie hier also sehen, pro Kategorie, also Sie können jetzt mit dem Join auch noch auflösen, lasse ich jetzt mal weg. Pro Kategorie können Sie jetzt hier das teuerste Produkt ermitteln. Und das günstigste Produkt. Das beantwortet auch eine Frage, die ich im Praktikum bekommen hatte. Vor einer Reihe. Jetzt schreibt hier einer I-Punkt als Frage. Ich kann aber gerade nicht nachvollziehen, was das heißen soll. Jetzt ist es hier auf dieses L. Es ist hier der Alias für diese Tabelle hier. Also diese Tabelle ist jetzt nur mit dem Namen L verfügbar. Und deswegen kann ich jetzt mit L-Punkt mich auf diese View hier beziehen. Das ist einfach ein Alias für das L hier. Für diese View hier. Also Kategorie Low Price ist unter L verfügbar und Kategorie High Price ist unter H verfügbar. Ich hatte ja gesagt, es ist so Konvention, dass man sich so ein Buchstabenkürzel ausdenkt, um die Lesbarkeit zu verbessern. Man sollte natürlich Kürze nehmen, die möglichst ähnlich zur Tabelle sind. Sonst ist es natürlich nur verwirrend. Sie können es auch ausschreiben, aber da wird es halt mega lang hier. Jetzt können Sie sich erstmal überlegen, statt H würde ich jetzt überall Kategorie High Price hinschreiben. Dann wird es irgendwie so hier aussehen. Also ist halt auch nicht wundervoll. Ist halt irgendwie so hier. Das macht es halt auch nicht besser. Ja, man kann den Alias auch in der ersten Zeile verwenden. Das meine ich mit, die Reihenfolge von Form und Select macht logisch keinen Sinn. Weil Sie definieren in Form Dinge, auf die Sie sich dann im Select wieder beziehen. Der Aufbau ist halt einfach nicht logisch. Aber ja, die Aliase, die Sie in Form und im Inner-Drient definieren, können Sie auch oben im Select wieder verwenden. Also prinzipiell müsste der Select eigentlich... Würde man die Sprache heute designen, würde ich vorschlagen, das Select ganz hinten hinzuschreiben, damit es einfach von der logischen Reihenfolge her passt. Aber leider haben wir keine Zeitmaschine, deswegen können wir diesen Designfehler nicht korrigieren. Ja, das hier bezog sich jetzt erstmal auf die linken drei Tabellen. Und jetzt möchte ich mal noch auf die vier anderen Tabellen in der Datenbank eingehen. Das sind ja die hier, über die habe ich noch gar nicht gesprochen. Und die möchte ich jetzt auch mal noch vorstellen. Ja, hier steht gerade einer vor. Natürlich, wenn Sie Ihr eigenes Datenbanksystem entwickeln, Sie können natürlich gerne die Reihenfolge der SQL-Befehle ändern. Da machen Sie sich halt bei allen unbeliebt, weil Sie was Neues lernen müssen. Aber ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen. Werden Sie Marktführer mit irgendeiner neuen SQL-Datenbank und ändern Sie den Abfragestandard. Ja, also die rechte Seite besteht hier aus den Kunden dieser Northwind Traders Firma. Also die linke Seite war ja, also das hier war ja die Seite von den Produkten, die so Northwind Traders anbietet. Also es gibt verschiedene Lieferanten, von denen bieten die Produkte an. Und auf der rechten Seite dann irgendwelche Kunden, wie zum Beispiel Restaurants, die diese Produkte bestellen. Und das möchte ich mir jetzt, wollen wir uns mal jetzt noch genauer angucken. Ja, gucken wir uns doch mal diese vier weiteren Tabellen an. Also Shippers, Customers, Employees und Orders. Und die einfachste Art, sich das anzugucken, ist natürlich mit einem Select-Statement. Ich mache also mal Select. Select Stern from Shippers. So, in dieser Tabelle sieht man, da sind die Lieferdienste drin. Also es gibt anscheinend drei Lieferdienste. Speedy Express, United Package und Federal Shipping. Und das war's. Das heißt, das sind die drei Lieferfirmen, die die Bestellungen, den Transport übernehmen. Man könnte sagen, diese Tabelle ist ziemlich uninteressant. Also das ist Shippers. Dann gibt es noch Customers. Customers sind die Kunden von Northwind Traders. Da sieht man halt drinnen, eine Auffälligkeit ist hier. So, ich schreibe mal hin, Select-Stern vor. Was war's? Shippers. Lieferdienste, eher uninteressant. So, Customers sind die Kunden von Northwind Traders. So, da sieht man zum Beispiel sowas wie den Kunden. Ach ja, und was hier auffällt ist, der Primärschlüssel ist eine Zeichenkette. Keine laufende Nummer. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber es geht trotzdem. Also ich meine, sie machen halt eine Relation über... Es geht mit einem Joint trotzdem. Also ob sie da jetzt eine Zahl drin haben oder eine Zeichenkette, ist egal. In der Regel ist man halt eine laufende Nummer. Die haben sich halt dann für so eine Kunden-ID, so einen 5-Zeichen-Code entschieden. Kann man machen. Ändert aber eigentlich nichts. Beispiel Eifels Futterkist, ein Kürzel ALFKI. Da kann man hier sehen, wer ist die Kontaktperson in der entsprechenden Firma. Dann, wo hat die ihren Firmensitz. Ja, und das war's. Das ist also eine Art Kundendatenbank. Wo die ganzen Informationen drin stehen. Mit kompletter Anschrift und Telefonnummer und so weiter. Und natürlich Fax. Fax gehört immer dazu. Total modern. Ich sehe jetzt hier gerade, in Frankreich sehen irgendwie diese Faxe und Telefonnummern aus wie IP-Adressen, wenn man das betrachtet. Ich meine, das sind drei Punkte dazwischen. Und vier Zahlen. Interessante Schreibweise. Ja, also das sind die Kunden. Dann hatten wir ja noch... Employees, das sind die Mitarbeiter der von Northwind Traders. Ich mache jetzt mal Select-Stern für Employees. Da ist drin einmal die laufende Mitarbeiternummer. Das ist wieder eine Zahl. Dann Name, Titel, irgendwie Grad, so Doktor oder Herrfrau und so weiter. Geburtsdatum, wann wurden sie angestellt? Genau, dann so Privatanschrift vermutlich. Ist ja nicht so spannend. Dann so eine Art Textfeld hier, wo da Lebenslauf und sowas drin steht. Und dann auch der Pfad zu einem Bild. Kann man so machen. Man kann das Bild auch direkt mit Base64 zum Beispiel in die Datenbank einbetten. Ich finde, das einzige Interessante ist eigentlich hier das Reports2. Das wollen wir uns mal anschauen. Gleich noch Reports2 ist der vorgesetzte. Hier ist mal der interessante Fall, wenn Sie nochmal auf die komplette... Wenn Sie nochmal auf diese Grafik hier gucken. Hier ist das Interessante. Also Sie können ja hier diesen Pfeil hier sehen. Also dieser Pfeil, der hier auch die Tabelle selbst zeigt. Wobei das hier falsch angezeigt wird. Weil der verweist eigentlich von Reports2 auf Employee ID. Also anscheinend wurde hier einfach die Relation falsch ermittelt von dem Tool hier. Vermutlich, weil der Datenbank ein Fehler ist. Hier muss eigentlich Reports2 auf Employee ID stehen. Das heißt also darüber... Das bildet also eine Art Baumstruktur. Und damit können Sie ermitteln, welcher hat wen als Vorgesetzten. Also die Relation ist... Das sei denn im Bild falsch. Das muss ich mal noch korrigieren. Also die Relation ist Reports2 zu Employee ID. Das ist die Relation. Das heißt, diese Nummer gibt an, wer der Vorgesetzte ist. Beispiel. Sie haben zum Beispiel... Wer ist das hier? Das ist Nancy Davoglio. Die hat als Vorgesetzten Nummer 2. Und das ist hier Andrew Fuller. Der Vice President. Und das können wir jetzt mal ermitteln. Mit einem sogenannten Left Join. Warum nicht Left... Warum diesmal Left statt Inner, das zeige ich Ihnen gleich. So, ich mache jetzt mal Select... Last Name, First Name, Reports2 from Employees. Das spreche ich mal um. Und das ist erstmal nichts Neues. Und jetzt füge ich hier noch hinzu. Ich mache mal Inner Join. Inner Join. Und in dem Fall mache ich mal eine Relation... Mache ich mal eine Abfrage über die gleiche Tabelle zweimal. Weil das ja ein Baum ist. Das heißt, die eine Tabelle nenne ich mal A. Und die zweite B. Und A. Reports2 ist gleich B. EmployeeID. Das heißt jetzt also, die Relation ist... Über zwei Spalten in der gleichen Tabelle. Das gibt es natürlich auch. Damit kann man zum Beispiel Baumstrukturen erstellen. Heißt jetzt also, ich habe jetzt abgefragt... Gib mir den Namen von der Person... Und den Vorgesetzten... Und nach dem Join über Reports2... Entspricht der Mitarbeiternummer. Und da bekommen Sie hier jetzt... Acht Einträge zurück. Also hier steht ja acht. Das heißt, das Ergebnis hat acht Zeilen. Und hier ist jetzt sogar ein subtiler Fehler drin... Durch diesen Inner Join. Der Inner Join geht nämlich nur... Wenn auf der linken Seite und auf der rechten Seite... Jeweils... Der Eintrag existiert. Und natürlich... Gibt es einen Mitarbeiter, der keinen Vorgesetzten hat. Das ist nämlich der Chef. Und der wird hier nicht angezeigt. Wenn wir mal genau hingucken... Wenn es dieser Fuller hier zu sein... Den sehen Sie hier links nicht. Und das ist ein Fall, wo man einen Left Join braucht. Das ist wirklich... Das ist... Also Left Join braucht man immer, wenn... Wenn bei einem Join teilweise halt... Keine Relation existiert... Da wird der Eintrag trotzdem angezeigt. Ich zeige das mal hier. Das ist nur ein subtiler Unterschied. Ich mache hier mal Left Join. Und bei dem Left Join hier... Wird jetzt... Wird jetzt... Fuller angezeigt. Aber... Da er ja... Kein Reports zu hat... Hat er auch keinen Vorgesetzten. Deswegen wird jetzt Null angezeigt. Also in der ursprünglichen Datenbank... Hat er hier eine Null stehen. Null heißt... Kein Wert. Und das heißt... Der Join mit Fehl hat dort auch einen Null-Wert. Und bei einem Left Join... Wird die Zeile halt angezeigt. Wenn der Join fehl schlägt. Und bei einem Inner Join... Wird sie nicht angezeigt. Also beim Inner Join fehlt es. Und bei einem Left Join... Steht sie mit drin. In der restlichen North Bend... Kann man aber Inner Joins machen. Weil... Es gibt dort keine Fälle... Wo man mal Joins hat... Wo was nicht aufgelöst werden kann. Oder sowas. Also die Datenbank ist eigentlich sauber designt. Repods2 gibt an... Welchem Mitarbeiter gegenüber... Derjenige meldet. Also ich mache mal Select... Ich mache nochmal... Was war es? LastName... FirstName... Repods2. Sie haben ja hier zum Beispiel... Moment, da fehlt noch M-Soy-ID. M-Soy-ID. Ja, also sie haben ja... Jeder hat hier so eine Mitarbeiter-Nummer. Und jeder Mitarbeiter hat natürlich einen Vorgesetzten in der Firma. Zum Beispiel... Nancy hat Mitarbeiter Nummer 2 als Vorgesetzten. Also Repods2 heißt hier... Meldet an. Also es ist der Vorgesetzte im Prinzip. Ist also die 2. Ist also Fuller. Dann Fuller selber hat... Keinen Vorgesetzten. Ist vermutlich der Chef also. Deswegen steht hier Null. Einfach weil er keinen Vorgesetzten hat. Der hier... Oder... Ich glaube die hier meldet auch an 2, auch an 2, auch an 2. Der hier, Michael, meldet an 5. Und 5 meldet wieder an 2. Also das ist eine Art Baumstruktur hier. Sie können also immer sehen, wer meldet an wen. Über dieses Reports2. So, und jetzt nochmal der Unterschied zwischen Inner-Join und Left-Join. Also Inner-Join sorgt dafür, dass Sachen, wo der Join etwas... Wo der Join nicht geht, weil die Relation nicht existiert, nichts anzeigt. Also in dem Fall haben sie ja hier Reports2Null. Das heißt, hier würde die Relation der Join fehlschlagen. Weil Null ist ja kein Datensatz. Das heißt, diese Zeile wird dann ausgelassen. Einfach weil der Join hier nicht möglich ist. Hier sind ja eigentlich 9e drin. Wenn ich jetzt Inner-Join mache, sehen Sie, da kommen nur 8e zurück. Das heißt, der Eintrag mit Fuller fehlt. Und wenn ich hier einen Left-Join mache, können Sie sehen, der Eintrag ist mit drin. Oder eine, obwohl hier der Vorgesetzte fehlt. Das ist der einzige Unterschied zwischen dem Left-Join und dem Inner-Join. Dass man halt auch Einträge sieht, wo der Join eigentlich nicht möglich war. Ob man das will oder nicht, ist halt immer von der Abfrage abhängig. Deswegen müssen Sie sich halt quasi vorentscheiden, ob Sie einen Inner-Join oder einen Left-Join wollen. Man kann aber sagen, in fast allen Fällen wird es vermutlich der Inner-Join sein. Und das wird auch die einzige Stelle sein, wo ich so einen Left-Join verwende. Also in einem anderen Fällen werde ich einen Inner-Join machen. So, man kann sagen, Left-Join zeigt auch Null-Werte an. Also Null ist so ein Nuller in der Datenbank, der angibt, den Wert existiert nicht. Ja, damit haben wir jetzt schon mal drei Tabellen betrachtet. Also Shippers waren ja die uninteressanten Lieferanten. Customers die Kunden. Ampsor ist die Mitarbeiter. Und die komplette Beziehung unter den dreien ist ja über die Orders-Tabelle. Abmal Select-Stern vom Orders. Und dort kann man sehen, eine laufende Bestellnummer. Dann welcher Kunde. Das ist ja dieser Fremdschluss, dieser fünf Buchstaben-Code, habe ich ja gesagt. Welcher Kunde hat die Bestellung aufgegeben? Welcher Mitarbeiter war für die Verwaltung dieser Bestellung zuständig? Wann wurde es bestellt? Bis wann soll es geliefert werden? Und wann wurde es geliefert? Also man kann natürlich auch Datumsangaben abfragen in der Datenbank. Das würde ich aber außen vor lassen. Insbesondere, weil SQLite keinen richtigen Datumsdatentyp hat. Deswegen kann man damit nicht ordentlich arbeiten. Dann noch, welche Firma war für die Lieferung zuständig? Das Suppliers. Dann, wie ist das Frachtgewicht? Und das hier ist noch die Lieferadresse. Also die Anschrift, wo es hingeliefert wurde. Die kann ja vom Sitz abweichen. Je nachdem. Es könnte ja in irgendein Lager geschickt werden, zum Beispiel. Also irgendeine Lagerhalle. Und das steht hier. Das heißt also, hier kann man sehen, was für Bestellungen gab es. Von welchem Kunden. Was hier aber noch fehlt, ist... Was bestellt wurde. Was bestellt wurde, geht über Order Details. Aber Order Details, finde ich, sprengt ein bisschen den Komplexitätsrahmen. Deswegen möchte ich die immer nur inhaltlich zeigen. Dann gibt es noch Select-Stern für Order Details. Das ist diese Zwischentabelle hier unten, die die linke mit der rechten Seite verbindet. Und da können Sie sehen, die Bestellnummer. Welche Produkte pro Bestellung bestellt wurden. Zu welchem Preis. Also der Preis kann sich natürlich zwischenzeitlich mal geändert haben. Deswegen macht es Sinn, den Preis hier mit reinzuschreiben. Dann die Produktmenge. Und dann noch, ob es einen Rabatt gab. Ich würde sagen, der Rabatt ist in Prozent. Und so könnte man jetzt zum Beispiel ermitteln, was hat welcher Kunde bestellt. Zu welchem Preis. Und zum Beispiel, welches Produkt war bei Kunden besonders beliebt. Also hier könnte man beliebig viele komplexe Abfragen machen. Das Problem ist jetzt nur, dann hätten Sie riesige Joins. Sie bräuchten dann irgendwie einen Join über Customers, über Orders, über Order Details, über Products. Das heißt, Sie hätten dann einen Join über vier Tabellen. Und das kann man machen. Aber ich würde sagen, wenn man noch nicht so richtig fest in SQL ist, ist das vor allem dann einfach eine unlesbare Abfrage. Syntaktisch ist das eigentlich nichts Kompliziertes. Aber man muss sich dann halt erstmal reinfitzen und so weiter. Deswegen finde ich, ist das nichts, was man hier schön in der Einstiegsvorlesung zeigen kann. Das ist ein sehr guter Einwand. Können wir es nicht mit einer View erleichtern. Da haben Sie eigentlich vollkommen recht. Man könnte natürlich alles schon mal vorher mit einer View kombinieren. Und dann schon mal alles Wichtige. Da ist so eine irgendeine komplexe Abfrage dahinter. Und dann könnte man einfach einfache Abfragen auf diese View machen. Das ist natürlich ein sehr guter Einwand, um das viel einfacher zu machen. Ich habe auch mal übrigens eine Abfrage vorbereitet, die alles drin hat. Also ich kann Ihnen das auch mal zeigen. Ich hätte jetzt gerne mal alle Kunden mit ihren Bestellungen. Noch mal Select. Select. Auf jeden Fall from Orders. Und ich möchte den Join machen über die Kundennummer. Jetzt Select O.order-ID. C.company-Name und das Frachtgewicht. Also jetzt kann ich ja mal sehen. Was hat jeder Kunde so bestellt? Also gut, ich kann nicht sehen, was er bestellt hat, aber ich weiß, dass er eine Bestellung aufgegeben hat. Und wie das Frachtgewicht ist. Interessanter ist vielleicht zum Beispiel, wie viel Bestellung hat jeder Kunde aufgegeben? Oder wie ist das Gesamtfrachtgewicht? Oder sowas wie, wie viel Umsatz hat jeder Kunde generiert? Also da kann man ja verschiedene Auswertungen machen. Ich mache jetzt mal das summierte Gesamtgewicht je Kunde. Also Gesamtgewicht je Kunde. Das ist fast das gleiche wie oben. Also C.company-Name. Sum O.wide. From Orders O. Und jetzt nochmal der gleiche Inner-Join. Also Inner-Join. Customers C.on O.Customer-ID ist C.Customer-ID. Also Sie merken, das Schwerste daran ist eigentlich, also die Syntax ist hier immer relativ ähnlich. Man muss aber halt irgendwie im Kopf behalten, wie die ganzen Spalten heißen. Das ist empfehlenswert, sich am besten irgendwie einen Zettel daneben liegen zu haben, wo die Spalten am draufstehen oder sowas. So, Group by C.company-Name. Also ich möchte jetzt mal das Frachtgewicht je Kunde haben. Also das summierte Frachtgewicht je Kunde. Und jetzt möchte ich noch wissen, wer hat die schwerste Bestellung gehabt. Oder bei Company-Name. Nee, Quatsch. Oder bei, Moment, Frachtgewicht. So, oder bei Frachtgewicht-ID-Desk. Insgesamt vom Gewicht her, die größte Bestellmenge hatte Safe-A-Lot-Markets, gefolgt von Ernst-Handel, gefolgt von Quick-Stop. Was die bestellt haben, ist hier natürlich nicht ersichtlich, aber man kann zumindest sehen, vom Gewicht her, wer besonders große Liefermengen bestellt hatte. Ja, und jetzt mache ich mal noch zum Abschluss noch eine letzte Abfrage. Ich würde sagen, das reicht dann auch für heute. Ich hätte dann auch ein paar nicht prüfungsrelevante Sachen, wo ich erkläre, wie man eigentlich neue Tabellen anlegt und wie man zum Beispiel Spalten editiert. Ich finde, das ist interessant zu wissen. Das ist nichts, was ich irgendwie abfragen würde. Aber ich finde, das gehört zu einer Datenbank-Forschung dazu, dass man auch mal kurz erklärt, wie man Werte löscht oder hinzufügt. Das werde ich einfach Anfang der nächsten Woche machen. Jetzt sagen wir noch zum Abschluss, wir machen jetzt mal eine richtig, richtig große Abfrage. Das wird jetzt mal über alle Tabellen sein. Also ich möchte jetzt mal das folgende haben, um nochmal zu zeigen, wie weit man das irgendwie treiben kann. Und ich kombiniere jetzt mal alles. So, ich hätte jetzt gerne mal die folgenden Dinge. Select. Also ich nehme mal als Basis, nehme ich mal Orders. Also ich gehe von Orders aus und hangele mich jetzt nach. Bisschen herüber. Also ich mache jetzt mal einen Join über die Kundennummer. Das ist ja erstmal nichts Besonderes. Also im Prinzip, welcher Kunde hat welche Bestellung gemacht. Also Bestellungen je Kunde. So, jetzt mache ich Inner Join über Order Details. Ich nenne es mal OD. Also Details für jede Bestellung. Dann hangele ich mich weiter zu Produkten. Also Inner Join Products P on OD.Product ID ist gleich... Ich rücke das mal ein bisschen schöner ein. Moment, ich mache das mal so hier. So, OD.Product ID ist gleich P.Product ID. Das heißt also... Produkte je Bestellung. Ja, und ich denke mal, das reicht erstmal. Jetzt mache ich hier Select C.Company Name. Also welche Firma hat bestellt. Welche Produkte hat sie bestellt. Und dann mal noch im Rahmen von welcher Bestellung. Jetzt kann man also zum Beispiel sehen, die Firma Toms Spezialitäten zum Beispiel. Ich gebe mal noch den Preis aus. Das mache ich mal noch OD.Unit Price. Zum Beispiel die Firma Toms Spezialitäten hat bestellt im Rahmen von einer Bestellung zwei Produkte. Einmal Tofu und einmal getrocknete Äpfel. Zu diesem Preis hier. Also vielleicht ist noch interessant, wie viel. OD.Quantity. Und das halt da von 9 und da von 40. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das hier schon der multiplizierte Preis ist. Also ob hier schon die 9 drin sind oder ob das für eine Komponente ist. Müsste man vielleicht mal nachgucken. Machen wir Select Stern vom Product. Zwer Produktname gleich Tofu. Mal sehen. Der Preis von einmal Tofu ist ja 23,25. Okay, 23,25. Und hier steht, okay, also vermutlich ist das Produkt zwischendurch teurer geworden, würde ich mal denken. Vielleicht gab es Mengenrabatt. Also ich würde sagen, das ist ein Produkt. Und dafür gab es Mengenrabatt, weil es 9 sind. Und deswegen hat es halt 18,60 pro Stück gekostet. Und so kann man jetzt zum Beispiel berechnen, wie viel hat jede Bestellung von jeder Firma gekostet, welche Firma zum Beispiel den meisten Umsatz generiert und so weiter. Man kann jetzt also zum Beispiel den Preis und die Menge multiplizieren. Also so hier. Ich nenne es einfach mal Summe. Das heißt, jetzt habe ich Preis und Anzahl multipliziert und dann weiß ich ja, was das insgesamt hier gekostet hat. Und wenn ich jetzt noch selber gruppieren würde, könnte ich zum Beispiel sagen, wie viel hat jede Bestellung für sich gekostet. Zum Beispiel, welcher Kunde macht bei uns den meisten Umsatz, welche Kunden machen im Schnitt den meisten Umsatz und so weiter. Also man kann es jetzt irgendwie beliebig weiterspielen mit irgendwelchen Abfragen. Aber ich denke mal, ich würde hier mal einen Cut machen, weil das dann doch etwas zu viel Komplexität dann erzeugt. Sie werden auf jeden Fall im Praktikum dann auch mit diesen Joints herumspielen. Also vielleicht nicht mit solchen Komplexen hier, weil das ein bisschen schwerer nachvollziehbar ist. Aber hier hat jemand korrekt vorgeschlagen. Das könnte man ja in irgendwelchen Views verstecken. Dann wird das natürlich einfacher, weil dann hat man nur noch die View, die man hier oben abfragt. Und diese ganze Komplexität hier wäre hinter der View versteckt. Aber Sie merken vielleicht, so eine Datenbank, wenn sie ordentlich designt ist, ist schon ein recht mächtiges Werkzeug. Also Sie können dann halt schon ziemlich komplexe Abfragen mitmachen und dann halt irgendwelche Informationen herausziehen und Daten auswerten. Ja, soweit wäre es mal für heute. Also was jetzt noch offen wäre, wäre ja so Werte bearbeiten. Noch ein paar andere Sachen. Das werde ich mal Anfang nächste Woche noch erläutern. Wie gesagt. Und ja, dann erstmal danke für die Aufmerksamkeit. Dann Ihnen ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Mal.